Heute erklären wir euch das mit dem Mails-Verschlüsseln. Das sind Mieze und Cutter. Mieze und Cutter schreiben nicht nur gerne SMS und chatten unheimlich viel, sie schreiben sich auch gerne Mails. Was beide doof finden, sind Leute, die da einfach mitlesen könnten, wenn sie wollten. Das sind zum Beispiel irgendwelche Firmen, Geheimdienste, Hacker-Ex-Freunde und Freundinnen oder alte Frauen mit Hut. Damit Cutter das nicht passiert, benutzt sie schon PGP zum Verschlüsseln ihrer Mails. Mieze tut das noch nicht, will aber gerne und darum erklärt die Cutter ihr das mal eben. Dauert nicht lange, ist nur ein bisschen kompliziert und lohnt sich total. Gut aufpassen. Als erstes braucht Mieze drei Programme. Erstens das Mail-Programm Thunderbird. Zweitens das Add-on Enigmail. Und drittens zum Verschlüsseln GNU-PG oder etwas Gleichwertiges. Die lädt sich einfach vom jeweiligen Anbieter herunter. Die Programme kosten nichts und sie sind Open Source. Dann geht's ans Installieren. Als erstes muss sie GNU-PG installieren. Als nächstes installiert sie Thunderbird. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich die E-Mail-Adresse einrichten. Hier hat Cutter das mal vorgemacht. Jetzt kommt doch schon der komplizierte Teil. Das Erstellen des Schlüssels. Nein, nicht so ein Schlüssel. Ein PGP-Schlüssel. PGP heißt Pretty Good Privacy. Aber Cutter meint, dass das ja öde ist und hat es in Porno-geile Privatsphäre umgetauft. Aber zurück zum Schlüssel. Um den zu erstellen, muss Mieze nun Enigmail installieren. Enigmail ist ein Add-on von Thunderbird und kann darum auch ganz einfach unter den Add-ons gefunden werden. Sobald Enigmail installiert ist, kann Mieze beim Schreiben einer Mail auswählen, ob sie die gern verschlüsseln will oder nicht. Wenn sie sich dafür entscheidet, dass sie die Mail verschlüsseln will, braucht sie einen Schlüssel. Diesen Schlüssel erstellt sie mit dem Programm. Das kann dauern. Darum kocht sie Cutter und sich erst mal einen Kaffee. Außerdem erstellt das Programm ein Rückrufzertifikat, mit dem sie ihren Freunden Bescheid geben kann, wenn sie ihren Schlüssel oder das Passwort verschludert hat. Soll ja mal passieren bei Leuten, die sich alles aufschreiben müssen. Das Programm erstellt für Mieze also einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel gibt sie an Cutter und ihre Freunde weiter. Außerdem entscheidet sie sich dafür, ihn auch noch auf einem öffentlichen Server hochzuladen, damit andere Leute ihr ebenfalls verschlüsselte Mails schicken können. Muss man aber nicht machen, denn am sichersten ist es immer noch, den Schlüssel persönlich weiterzugeben. Dann weiß man auch, dass er wirklich echt ist. Das ist wichtig, denn sonst könnte ja jeder behaupten, er wäre Cutter oder Mieze oder Sascha oder Kevin. Mieze bekommt außerdem den öffentlichen Schlüssel von Cutter, denn ohne Cutters öffentlichen Schlüssel kann sie keine Mails an sie verschlüsseln. Genauso wichtig wie die Schlüssel ist auch das Passwort, die Passphrase. Mit dem sichert Mieze ihren privaten Schlüssel. Dieses Passwort gehört genauso wenig in fremde Hände wie der private Schlüssel. Denn ohne das Passwort kann sie keine Mails ver- oder entschlüsseln. Eine verschlüsselte Mail sieht übrigens so aus. Jetzt können Cutter und Mieze wieder ganz privat Mails schreiben, ohne dass jemand mitlesen kann. Das ist fast so gut wie Kaffeeklatsch. Und James Bond muss halt wieder persönlich anrufen, wenn er mehr erfahren will. Das ist fast so gut wie Kaffeeklatsch. Und ich bl于do so réalmer. Es ist friedlich zu machen weil, es wird ein paar Leiter sehr bewußerte von dir. Höreber Kirmitglatz ist für mich an alle außen und wie Kaffeeklatsch. Höreber Kirmitglatz ist für mich an alle εί Syndrome. Höreber Kirmitgl Christie ich hier nicht Producten? Vielen Dank.